Weihnachten ist im Anflug und die Weltmeisterschaft natürlich auch in diesem Jahr in Katar. Und alles, was du an Infos brauchst, bekommst du hier bei uns. Neun ausführliche Shows, speziell natürlich zu den Deutschlandspielen. 23 Live-Sendungen jeden Morgen um 8.30 Uhr. Bad & Breakfast, also mit Guido Buchwald, mit Julia Simic und mit unserem Wettexperten Marcello Niesner.